ARD Text im Auftrag von Funk 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 ist schon wieder so laut hier scheiß gewitter es ist wie in hamburg kaputt gemacht wo ist denn der andere hunderscheiß jetzt kann der auch noch mal nach hause ich hoffe ich habe ein rtg frei ja haben statt 6 einatmen ihr nur ein kopf mit dem dj h Der steht da immer noch. Hört diese Grünphasen an. Was ist das? Es ist kein Wunder, dass da nicht loskommt. Wie sehen die aus? Da auch noch irgendwo eine. Ja, da. Ah, Mann, ey. Komm bei, ey, ey. So, hier, absitzen. Ich werde mal schnell einen Schub trinken, denn ich habe Husten. Husten, husten, husten. Und ich bin jetzt nicht dauernd... So, jetzt. Ah, Mann, Mann, Mann. So, sind wir wieder da? So, bevor ich hier jetzt die ganze Zeit in die Gegend üste, ist das, glaube ich, wesentlich besser. Besser? Absitzen. So, Wertungsrucksack. Notfallkoffer. Höre. Höre. Lieber bitte den da oben. Den könnte ich einfach nicht in die ersten. Zur Sicherheit. Jetzt, Lohre und Kauz, bitte. Wann ist es denn nicht höher? Nein, Lohre und Kauz, bitte. Ja, aber hier ist er jetzt in die Richtung nur Stau, weil, ja. Fahrzeug 10, Höre, unterliegt. Jetzt dem Leben geht es gut. Brauche ich mal noch einen RTW hier. Müsst ihr jetzt alle Rettungswahl im Einsatz? Ist meine. Fahrzeug 17, Höre. Da. Fahrzeug 18, Höre. Oder ist er immer noch Status 6? Fahrzeug 18, Höre. So, dann einmal mit dem RTW nach hier oben rufen. Ich habe nur einen Kauz rufen. Fahrzeug 18, Höre. Okay, geht in Arbeit. So, genau das ist der Notarzt und das ist der andere. Was kann der? Personen wegschicken. Ah, ist ja cool. Also, wir müssen wegschicken nach oben. Das ist ja cool. Guckt da oben jetzt an der RTW an, ja. Fahrzeug 20, Höre. So, im Krankenhaus. So, ein Scheiß-Wetter hier. Äh, falsch, da will ich denn retten gehen. Alle Rettungswahl im Einsatz. Ist doof. Braucht mehr Rettungsrang. Was ist hier noch los? Achso, ja. Wenn ich den jetzt auf Status 1 setze, ne? Und dann ne Polizei riefe. Wir kommen auf den Eintritt. Das fällt dann aber nur allein. Ja, aber ist besser als erstmal nichts, ne? Weil hier will ich den unbedingt lassen. Brauch hier noch A's, F's, ne? Afs. Afs. So. Du gehst nach da oben und kommst dich an den. Und ihr beide holt euch ne Trage, bitte. Wird gemacht. Wieso blinkt der rot? Kommt da jetzt schon wieder ein Zug oder was? Höre. Du holst jemanden Notfallkoffer, wenn das geht? Fahrzeug 25, hört. Was gibt's? Geht nicht. Okay, rufe RTW. Oh. Oh. Oh, schon wieder Schranke, okay. Schranke, Schranke, Techniker und einmal Pool. Hier Carlos 01 mit Einsatzfilm. Schleifstattel, Carlos Bukins. Carlos 01. Wir schicken ihn den Techniker vorbei. Das ist nett. Ja. Wird umgehend durchgeführt. So, dann brauche ich hier noch die Abschlepfer. Fahrzeuge. Oh, das war ja ganz schön stressig hier jetzt, ne? Aber er sollte gehen. Gab's hier schon Verunfallte? Nö. Fahrzeug 9, hört. Du Einzelner, stellst dich da hin. Geht's? Ja. Geht. Die können auch wieder fahren, das finde ich gut. Tech, Status 4. Da ist Tech auch schon da. Fahrzeug 7, hört. Tech einmal reparieren, bitte. Fahrzeug 7, hört. 10 unterliegst. Achso, nee, bleib mal lieber auf der Seite, bevor du noch mal versichst. So, Fahrzeuge anhalten. Danke. Muss hier nicht ein RTW kommen, oder so? Fahrzeug 25, hört. Da steht schon mal eine. Ah, guck mal, hier oben ist eine. Fahrzeug 18, hört. Wie sieht der aus? Sieht der hier noch gut aus? Ja, guck mal, wie der gut aussieht. So, und Trage. Fahrzeug 10, hört. Wo kommt denn jetzt der hin? Hier. Wo bist du? Warum bist du? Halt, stopp. Gewaltverbrechen. Ja. Pol ist unterwegs. Pol. Wo ist das passiert da? Alle Rettungswagen im Einsatz. Kann ich drei Weg gehen? Ja. Kann ich drei Weg gehen? Fahrzeug 18, hört. Nehme ich den einfach mal mit, damit der hier nicht rumsitzt. Und parken. Nee, nicht parken. Fahrzeug 18, hört. So, dann können wir hier jetzt mal... ASF und ASF. ADAC-Bandhilter. Fahrzeug 10, hört. Okay, Leitstelle Calls, bitte. Wir benötigen einen Abschleppfraß. Wir schicken eins vorbei. Das ist nett. Fahrzeug 9, hört. Äh, du bitte. Fahrzeug 7, hört. Und du in den Ragen. Fahrzeug 10, hört. Hörer. Stetige. Bin unterwegs. Sehr schön. Hörer. Schon unterwegs. Ja? Gut, dann könnt ihr eigentlich... Du kannst gleich mal immer nach da laufen. Ja? Packst am besten deine Waffe dafür weg. Ich will die einmal wegleiten hier. Hörer. Die Ampelfasen sind echt komisch hier. Pass auf. Papp, papp, papp. Da genauso. Papp, papp, papp. Fahrzeug 10, hört. Verstehe ich nicht. Fahrzeug 10, hört. Schon unterwegs. Verstehen. Wir brauchen RTV. Hallo, RTV. Geht auch. Hier Florian Karlsbüttel mit Einsatz für RTV 1. Florian Karlsbüttel, geht's gut. RTV. Kann ich noch ein RTV holen? Hier Florian Karlsbüttel mit Einsatz für den RTV der Bußfeuerwehr. Florian Karlsbüttel, endet. Fahrzeug 18, hört. Oh, die haben noch einen drin. Fahrzeug 18, hört. Was gibt's? Fahrzeug 18, hört. Da ist sie gut. Dann hätte ich hier gern ein Nef schon mal hin. Zur Erstversorgung. Hier steht doch noch eine RTV. Florian Karlsbüttel, endet. So, und ein RTV. Was ist mit dem? Wie alle Rettungswangen und Einsatz für eine? Wenn ich jetzt ein RTV haben will, kommt der? RTV 2, Status 1. Ist das wieder der hier? Ne. Fahrzeug 20, hört. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Hm, merkwürdig. Fahrzeug 1, hört. Fahrzeug 2, hört. Fahrzeug 2, hört. Abschleppfahrzeug 2. Nein, nicht auf der Straße stehen bei mir. Das gibt's da. Was mir schön. Was ist eigentlich ein Glück, dass die hier immer nicht vorgewarnt werden, durch die? Ja, okay. Ja. Kommst du her, den? Wir tun die Fahrzeug 10, hört. Ja, 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 Fahrzeug 9, hört. Das ist jetzt so zu dem nur. Du kannst auch mal kranken, parken, parken, parken und nicht parken. Fahrzeug 10, hört. Ja, das ist die, wird gemacht. Und die eine Rette zum Gefängnis. Und die eine Rette zum Gefängnis. Fahrzeug 10, hört. Ja, da ist schon ein Fließborn. Und... Eine Nachricht! Eine Gruppe. Ist ja langweilig. Okay. Wuhuuu. Da sind wir uns laufen. 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 Oh, ich habe theoretisch zwei RTWs. Da brauche ich doch beide theoretisch. Wenn er sie noch gibt. Gibt er? Ja. Ja. Für beide. Wuhuuu. Ist das schön. Da ist der eine da raus. Na, jetzt kann man da aber nicht. Wir müssen auch jeden Moment rausfliegen oder nicht? Oder wer oder wie oder was? Oder wer oder wie oder was? Straftäter wird in Gewahrsam genommen. Wunderschön. 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 Straftäter wird in Gewahrsam genommen. Wunderschön. Und noch ein Einsatz. Blitzschlag. Na, endlich mal ein Feuerwehr. Ja, wen unterweich. Du fährst jetzt mal nach oben bitte. Wunderschön. 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 Boah, Alter. Alter, ist das ein Einsatz. Sehr lecker. Und, ja. Bei mir willige Feuerwehr, Süd. Du bitte, verhau. Sollten die eigentlich schaffen, ich hoffe. Ach guck mal, dass die spawnt immer wieder. So, dann ruf mal bitte. Oh, es ist wieder ruhig. Oh, es ist wieder ruhig.